Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Danke. Wie bitte? 15.30 Uhr anscheinend. Aber da steht doch Tunnel, zum Beispiel die Straße von Wolk ist 17 Uhr gesperrt. Weil ich meine, auch wenn es jetzt wieder unterwegs ist, es ist ja trotzdem kalt. Es ist ja schon frisch an den Oberschenken und so, aber... Ja, klar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020